Ich will die roten Punkte treffen. Brigitte, fürchte dich willkommen. Hallo Co-Pilot, bitte hilf mir, was ist da los? Wir spielen mit dir Star Wars Squadrons. Du fliegst heute das erste Mal in deinem Leben im Universum. Ja, das glaub ich aber auch. Du bist jetzt Teil der Rebellion. Klar, logisch. Brigitte ist das Imperium. Oh, die arme Brigitte. Hab ich hier die böse Seite? Du sitzt gleich in einem X-Wing von der Rebellion. Krieg ich dann auch noch eine Unterstützung? Ja, uns. Wir helfen dir. Aktiv. Und Brigitte kriegt dann auch einen Drehwurm und dann ist sie weg. Genau, dann drehen wir zwei Seniorenwälder. Neugierig? Natürlich. Und dort wird auch Brigitte dann als Gegner irgendwo auftauchen. Die muss ich warm anziehen, ganz warm anziehen. Und weg bin ich. Und weg ist er. Weg ist er. Aha, da stehe ich ja schon. Welche Pfötchen sind denn das hier? Wessen Pfötchen? Die werden vom Computer gesteuert. Ach. Nur die Maus zu steuern. Aha. Alles okay? Ja. Jetzt bin ich im All und jetzt bin ich aus der Fertigungshalle raus. Jetzt. Aha. Ach so, das da vorne ist mein Richtungsweiser. Jetzt bewegst du dich weg, das sollst du nicht, du sollst dem anderen folgen. Weh, Mann. Guck mal, da ist so ein, halt rechts, 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 rechts. Du bist zu hektisch. So, genau da müssen wir hin. Halt, 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 schön da bleiben. Jawohl. Jetzt kannst du ein bisschen Gas geben. Nein. Nein, ich muss das Mösschen nach unten bringen. Mensch. Richter. Das war aber ein Sturzflug. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die ISS oder was ist. Nein. Jetzt ist alles weg. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich falsch gedrückt. Du fliegst gerade über Sternenzerstörer. Oh Gott. Jetzt kannst du dir ein bisschen Gas geben. Also diese Zahl darunter ist die Entfernung. 144 Lichtjahre wahrscheinlich. Nervenzerfetzend. Verdammter Pfeffer. Wo ist die Technik jetzt? Nee, doch. In den grünen Bereich muss ich rein, ne? Du brauchst Raketenechofier. Weg zu dem Hochflügler und hol den Handschuh. Eine ziemlich riesige Vieh. Raketenechofier. Beeilung. Jawohl. Aber wenn man so im Weltall ist und sich im Hintergrund, die Erde, die ist ja rund. Ja. In den Tunnel da. Da musst du rein. Und da muss ich rein? Ja. Woher weiß ich das? Das haben sie dir gerade erzählt, aber du hörst ja so schlecht zu. Ach ja, ja. Erst soll ich mit dem einen folgen, dann mit dem anderen folgen? Das ist aber auch schlimm. Natürlich. Slipstream. Ah. Mit Überschall hätte ich mal gesagt. Jetzt mache ich meine Handschuhe klar hier. Keine Munition will ich auch gar nicht haben. Muss doch die Tiere genießen. Kann doch nicht im Weltall sein. So was gibt's doch gar nicht. Das ist typisch Brigitte. Verdammt. Da muss ich hin. Dem muss ich folgen da. Und rechts und links sind meine Kameraden. Wem zückt der Kratzer sich? Aber die kommen nicht ran. Die Brille ist davor. Scannen. Scannen. Was soll ich da machen? Jetzt bin ich auf. Wir sind ein Fahrrad in Folgen und das können wir über den Kriegen. Voll los. Voll los. Keine wahnsinnige Verluste. Da ist was los. Ja. Die schießen wie verrückt. Nur ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo ich drauf ziehen soll. Fertigmachen zum Angriff. Fertigmachen zum Angriff. Fertigmachen zum Angriff. Du sollst erstmal wegfliegen. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich hinfliegen soll. Sag mal deinem Enghof-Anführer hinterher. Ja. Mach ich doch. Ich will die roten Punkte treffen. Das heißt, ich soll sie treffen. Pum. Zack. Zack. Noch eine. Ja. Weg damit. Was sind denn jetzt eigentlich die roten Punkte? Beschütztörme. Hatschi-Bumben-Halif-Oma. Noch welche da? Wo soll ich denn folgen wieder? Wih, da wird mir ja übel. Ich hab noch einen getroffen. Ja, oder? Nee, nee. Das ist dein Kumpel. Das ist mein Kumpel? Nein. Dann schieß ich da auch nicht weg. Da ist er. Dem zu folgen ist gar nicht so einfach. Besonders mit der blöden Maus nicht. Ich hab welche eingetroffen. Hallo, Georg. Tut mir leid. Aber die Punkte muss ich wegkriechen. Mann, lieber. Das sind ganz schnelle Manöver, die man da durchführen muss. Geht's dir noch gut? Mir geht's ausgezeichnet. Zack. Mit dem Jörg tue ich doch nicht wirklich was. Das wäre ja noch nicht richtig in meinem Sinne. Brigitte ist am Schimpfen. Oha. Die blitzt ja im Auge. Die darf ich nicht so gerne. Und Feuer, Feuer, Feuer. Weg, Vara. Sehr gut. Wenn das in meinen Augen sitzt, hab ich das nicht so gerne. Pilot zerstört. Ach, wie toll. Und nun? Wir sitzen auf dem Trocknen oder wie und kommen nicht runter. Immer wenn ich jemanden zerstört habe, ist der Punkt weg. So Sauerei. Das ist ja Sinn. Nee, das ist nicht Sinn. Man sollte ja die Steuerung irgendwo finden. Dass man auch wirklich... Ja, hab ich schon. Der ist doch schon zerstört. Aber jetzt finde ich meine Zieleinrichtung wieder nicht. Du meckerst ja wie beim Autofahren. Ja, genau. Das ist auch schlimm hier. Man weiß, die Orientierung ist gleich null. Wer hat mich denn umgebracht? Du wirst dich wundern, Brigitte. Das bin ich. Georg hat mich umgebracht. Nee, Georg, das tust du nicht. Das glaub ich nicht. Du gehst eher mit mir Eis essen. Brigitte, fürchte dich willkommen. Wir sind da. Ja. Ein irrer... Mann, ist das ein... Das ist ein Tunnel, ist das... Was ist denn da... Was ist denn nun passiert? Wie? Was ist denn da noch schon wieder los? Wo zur Hölle kam die Heer? Captain Kerry? Captain James? Ich bin doch da. Kinder, was ist denn los? Blinzelt überall rot. Was ist da los? Bitte, bitte. Hilft mir doch mal. Hallo, Co-Pilot. Bitte, bitte hilf mir. Was ist da los? Was ist denn da los? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Da hast du mal geklappt. Ja, ich muss jetzt wieder... Oh, oh, oh. Du merkst schon, du bist ein Profi-Pilot. Ja, das habe ich ja schon mal mit dem Hufschrauber gemacht. Dauerfeuer, ja. Jawohl, genau. Ach, ja, danke. Die Hände? Hm? Boom, boom. Zack. Gut, okay. Jawohl. Die Faust war hoch. Wir haben es geschafft. Ich bin zerstört. Ich habe im Kampf mein Leben verloren. Ich bin eine Katze. Ich habe die Katze gehören. Ja. Ja, duken wir. Wieder zu Lamm-Aschi. Hoch und runter. So was mag ich nicht. Ich freue mich. Nicht drauf schießen, hilf mir. Hä? Wir fliegen gerade. Jetzt gehen wir wieder in den Tunnel rein. Ich weiß nicht, ob es das Weltall ist oder ob es gebaut wird. Mir wird jetzt richtig trittlich. Wir rutschen hoch und runter. Und ich finde, das ist ein James-Spinning. Aber was ist denn los? Schicksal! 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 Der Tunnel! Jetzt sind wir wieder im Tunnel. Jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt habe ich wieder ein schwarzes Bild. Schicksal! 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 Willkommen zurück! Danke! Ich bin da. Willkommen zurück! Willkommen zurück! Ja, mit der VR-Brette zu fliegen ist also kein Problem. Man kriegt auch keine Höhenangst dabei. Auch keine Übrigenheit? Ne, überhaupt nicht. Das ist schon mal gut? Überhaupt nicht. Es war wirklich schwierig. Aber war es, fandst du es beeindruckend? Ja. Das ganze Spiel ist beeindruckend. Wie fandst du es? Klasse! Brigitte? Merkt ihr was? Du bist bald nicht mehr da. Wenn du jetzt mit deinen Bekannten am Kaffeetisch saßt, ich war neulich im Weltall und habe Star Wars gespielt. Glaubt mir kein Mensch. In meinem Umkreis glaubt mir das kein Mensch. Brigitte, wenn du leben willst, würde ich sagen, nicht auf die dunkle Seite gehen. Lieber auf die richtige von uns. Sonst wirst du vernichtet. Merkt ihr das? Und wie geht das weiter? Das können wir jetzt weiterspielen beim nächsten Mal. Und dazu brauchen wir Likes und Abos. So sieht es aus. Hallo Leute. Hallo Fins. Wir haben soeben das erste Mal Star Wars gespielt. Wir waren im Weltall. Es fand ich einfach grandios, was im Weltall los ist. Und wenn euch das genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir. Wenn ihr es jetzt seht, was wir da alles erlebt haben. Denn, hm, ein Like da oder auch mehr. Und noch viel mehr Abos. Dann haben wir nämlich Spaß und können das noch weiterspielen. Ich danke euch sehr. Ihr wisst ja. Abo. Däumchen. Und die Glocke. Und ihr seid eine coole Socke. Bitte, bitte liken. Ne, haben wir auch nicht. Brigitte geht weg. Wir kommen. Brigitte hat sich verändert. Sie ist alt geworden. Muss schon kaputt zu tragen, damit man sie nicht mehr genau erkennt. Verdammter Pfeffer, das sind die Worte von Brigitte.